Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 10. November. Lisa Achazzi aus Bad Lasve, auf Weltreise mit dem Fahrrad. Tödlicher Unfall in Wetzlar, Fahrer ohne Führerschein. Was wird aus den wilden Katzen an der Eibelshäuser Lohmühle? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Lisa Achazzi aus Bad Lasve hat eine unglaubliche Reise hinter sich. Die 35-Jährige hat 25 Länder auf vier Kontinenten mit dem Fahrrad bereist. Dabei legte sie insgesamt 32.615 Kilometer zurück. Achazzis Reise begann im August 2019 in Kolumbien. Sie wollte ursprünglich durch Südamerika bis nach Alaska fahren. Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Achazzi musste ihre Reise unterbrechen und nach Deutschland zurückkehren. Erst im April 2022 konnte sie ihre Reise fortsetzen. Sie fuhr durch Spanien, Marokko, Italien, Griechenland, die Türkei, Usbekistan, Kasachstan und den Balkan. Im August 2023 kam sie wieder in Deutschland an. Achazzi erzählt von vielen schönen und auch schwierigen Erfahrungen auf ihrer Reise. Sie musste sich mit platten Reifen, unfreundlichen Menschen und auch mit einer Bienenattacke auseinandersetzen. Aber sie hat auch viel Positives erlebt. Sie wurde von Fremden aufgenommen, als sie krank war und sie hat die Gastfreundschaft vieler Menschen kennengelernt. Achazzi möchte mit ihrer Reise ein Zeichen setzen. Sie möchte zeigen, dass es möglich ist, mit dem Fahrrad um die Welt zu reisen. Sie möchte auch Menschen inspirieren, ihre Träume zu verwirklichen. Nach dem schweren Autounfall in der Wetzlarer Bergstraße mit zwei Toten und einem Schwerverletzten gibt die Staatsanwaltschaft neue Details bekannt. Der 21-jährige Fahrer des Mercedes-SUV, der in der Nacht zu Samstag in der Wetzlarer Bergstraße gegen eine Bruchsteinmauer gefahren ist und dabei sein Leben verloren hat, hatte keinen Führerschein. Laut Polizeiangaben hat der 21-Jährige nie eine Fahrerlaubnis besessen. Er war nicht angeschnallt, der Beifahrer schon. Zeugen berichten, dass der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und keine Bremsspuren hinterlassen hat. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, der 22-jährige Beifahrer erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der 24-jährige Beifahrer wurde ebenfalls mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen des Unfalls ist weiter nicht viel bekannt, die Ermittlungen dauern an. Anwohner klagen immer wieder über zu schnelles Fahren in der Wetzlarer Bergstraße. Bergab gibt es einen festen Blitzer, bergauf nicht. Der schwere Unfall mitten in der Stadt hatte eine Welle der Anteilnahme und Trauer ausgelöst. An der Unfallstelle erinnern Kerzen an die Verstorbenen, Blumen liegen auf dem Gehweg vor der Absperrung. Zwei Wasserbüffel, die am Donnerstagmittag in Gießen ausgebrochen waren, wurden von einem Jäger erschossen. Zeugen hatten die Tiere gegen 13 Uhr in der Karl-Benz-Straße gemeldet. Die Polizei konnte die Besitzerin der Tiere ermitteln, die sich bereits auf den Weg zur Meldestelle gemacht hatte. Erste Einfangversuche der Polizei scheiterten. Ein Experte mit einem Betäubungsgewehr sollte versuchen, die Tiere zu betäuben, damit sie eingefangen werden können. Die Polizei warnte davor, sich den freilaufenden Wasserbüffeln zu nähern. Die Tiere sind gefährlich und können angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Die Wasserbüffel sind etwa 1,5 Meter hoch und wiegen bis zu anderthalb Tonnen. Weil sich die Tiere schließlich der Innenstadt näherten, wurde entschieden, sie zu erschießen, bevor Schlimmeres passieren kann. In Eschenburg-Eibelshausen sorgen sich einige Bürger um das Wohl von 15 bis 20 wilden Katzen, die rund um die Lohmühle heimisch geworden sind. Diese Sorge wird dadurch verstärkt, dass der Abwasserverband Obere Dietzhölze das Gelände für den Bau einer neuen Kläranlage gekauft hat. Das Dillenburger Tierheim hat inzwischen begonnen, die Katzen einzufangen und zu betreuen. Sieben Tiere wurden bereits aufgenommen. Bevor sie weitervermittelt werden können, müssen sie zunächst kastriert werden. Die Katzen gehören zum Teil den dortigen Bewohnern, zum Teil sind sie freilaufende Tiere, die entweder ihr Zuhause auf Dauer verlassen haben oder von anderen Menschen ausgesetzt wurden. Zahme Tiere könnten untergebracht werden, scheue Katzen dagegen würden möglicherweise völlig durchdrehen. Hier seien Bauernhöfe oder Scheunen eher für eine Unterbringung sinnvoll, sagt Tierheim-Mitarbeiterin Nicole Rehbein. Die Eibelshäuserin Kirsten Neitz verweist auf die Möglichkeit von Kommunen, eigene Verordnungen zum Kastrieren von Freigängerkatzen zu erlassen. In Hessen gibt es 66 Kommunen mit solchen Verordnungen, aber keine im Lande-Kreis. Zahlreiche junge Menschen leisten in Hessen und Rheinland-Pfalz Freiwilligendienste. Etwa 6500 Stellen im FSJ- und Bundesfreiwilligendienst, BfD, werden jährlich in Hessen angeboten. In Rheinland-Pfalz sind es rund 3650 Plätze. Doch rund ein Drittel dieser Stellen könnten ab nächstem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Grund, Gelder, mit denen die Träger der Freiwilligendienste gefördert werden, sollen nach dem Entwurf des Bundeshaushalts gestrichen werden. 2023 förderte der Bund die Freiwilligendienste mit 329 Millionen Euro. Diese Mittel sollen 2024 um 78 Millionen und 2025 um 113 Millionen Euro gekürzt werden. Die Bundesfamilienministerin begründet den Schritt mit strikten Sparvorgaben für ihr Haus. Die Kürzungen würden hauptsächlich die Träger betreffen, erklärt Lukas Nübling, Sprecher der LAG-Freiwilligendienste Rheinland-Pfalz. Dorothea will von den evangelischen Freiwilligendiensten der Diakonie Hessen sieht vor allem kleinere Dienststellen bedroht, wenn Gelder fehlten, müssten die Einsatzstellen selbst mehr finanzieren. Besonders kleine Einsatzstellen könnten sich das nicht leisten, so will. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020